Hallo, ich bin George Zamponidis aus Ihrer Guten Morgen Baden Show und wir freuen uns alle, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie eingeladen sind zu James Blunt, zu seinem Konzert am 9. Oktober live in Mannheim. Sie werden nicht einfach nur dabei sein, sondern Sie werden als Radio Regenbogenhörer VIP sein. Backstage, Sie treffen James Blunt zu einem Meet & Greet, Sie werden standesgemäß in einer Stretchlimo vorgefahren, inklusive Übernachtung, Anfahrt, alles was dazu gehört. James Blunt und Sie. Das Einzige, worum wir Sie bitten, ist, do it like James. Wenn wir das können, können Sie das schon lange. Singen Sie ein kleines Ständchen von James Blunts Songs. Anne, Jens, also ungefähr so hier, ja? Eins, zwei, drei. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Ganz ehrlich, so gut können Sie das schon lange. Do it like James. Mit ein bisschen Glück sind Sie der VIP-Gast. Schicken Sie uns Ihr MP3, schicken Sie uns Ihr Video über regenbogen.de. Alle Infos dazu finden Sie ja auch hier, wo Sie uns gerade sehen. Viel Glück, viel Spaß, wir freuen uns auf Sie.